ARD Text im Auftrag von Funk Das waren ziemlich widerliche Geschichten Ihr wollt also unserer Gemeinschaft beitreten? Wo sind wir hier gelandet? Wir mussten heute Abend hier erscheinen Es gab keinen Ansatz Aber weswegen dann? Seid ja nur vorsichtig, habt ihr verstanden Erinnerst du dich? Was machst du da? Was habt ihr getan? Denn die Hölle tragt ihr immer und alle Tage in euch Wenn ihr schlaft, dann seid ihr tot Wenn ihr wach seid, lebt ihr weiter Ich bin einfach Amplеть Die V gonf sind Vielen Dank.